Yo Leute, was geht ihr da? Willkommen zum Kanal OsanTV und ja Leute, ich habe mir überlegt Ramadan Diaries zu machen und zwar versuche ich jeden Tag ein Video rauszubringen und zwar einen Vlog von mir, was ich dann bei Ramadan mache, beim Fasten. Also ich habe das Video schon gedreht, ich mache jetzt nur das Intro gerade, deswegen schaut euch das Video bis zum Ende an. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, ich liege gerade im Bett und warte bis es kurz vor 3 ist. Mal schauen, was wir morgen alles machen werden. Ich habe ein paar Sachen vor. Es ist gerade 1.16 Uhr und ich habe mich entschieden, einen Film zu gucken, bis ich gleich esse, weil ich esse einfach kurz vor 3, weil wenn ich jetzt esse, kriege ich dann bestimmt wieder Hunger. Ich habe mich entschieden, den Film hardcore zu gucken. So Leute, ich mache mir jetzt gleich was zu essen. Es ist 3.25 Uhr. So Leute, ich bin jetzt endlich satt. Nach 5 Eiern, Leute. Ich habe erst mal 3 Stück gemacht. Ich wurde einfach nicht satt. Deswegen habe ich mir einfach 2 zusätzlich gemacht. Leute, isst niemals Sucuk mit Eier, Alter. Ihr wisst, mein Lieblingsessen ist sowieso Sucuk mit Eier. Diesmal habe ich es mir nicht gemacht, weil ihr werdet einfach am nächsten Tag richtig viel Durst haben. Deswegen isst kein Sucuk. Ja, ich warte einfach. Ich lege mich ins Bett. Ich gehe erst mal Zähne putzen. Dann sehen wir uns vielleicht morgen. Weil morgen muss ich nochmal gucken, weil ich hatte eigentlich was richtig krasses vor. Ja, ich merke schon wieder, ich rede einfach zu viel. Wir sehen uns einfach morgen. Und ja, ich wünsche euch allen sehr viel Kraft und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Gute Nacht. Was geht ab, Leute? Wie ihr seht, bin ich gerade aufgewacht. Es ist 12.49 Uhr. Ich gehe jetzt erst mal nach unten und gucke, was ich erst mal mache. Und dann sehen wir uns später. So, Leute, ein Freund von mir holt mich gleich ab und wir gehen jetzt gleich ein paar Aufnahmen machen mit seinem Auto. Dann dachte ich mir, nehme ich euch mal mit, Leute. Es werden bestimmt richtig geile Aufnahmen, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem, also mit diesem Vlog noch bis morgen fertig kriege. Aber da muss ich erst echt viel Mühe geben. Und ja, wir sehen uns dann gleich, wenn ich, ich ziehe mich jetzt erst mal an. So, Leute, wir sind fertig mit dem Auto raschen. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, aber wir fahren jetzt zu einer anderen Location. Da machen wir bessere Aufnahmen und ja, da, wo wir auch vernünftig aufnehmen können. Wir haben es kurz vor sechs. Ich habe übel Durst, Leute. Hunger habe ich nicht so, aber Durst. Ich mache es kurz vor ein paar Aufnahmen. Ich habe es kurz berendet, mich immer wieder zu. Ich habe es, wenn du Angst in der Aufnahmen immer mehr Konkurrencu ídolst machen. Ich habe es jetzt also aufgelenkt, dass ich nicht mehr Terwist. Ich habe es auch viel zu sehen. Sedmach hat mir immer wieder zu. Ich habe es noch nicht mehr, wenn ich jetzt hier und ich habe. Ich habe es noch nicht mehr, weil ich so lange hier, um alle Fälle hier in Ordnung zu spiele. Ich habe es super viele. Ich nehme mir bewusst, dass ich so lange auf einmal zu kommen. Ich sehe keine Nervenheit, mit einem Schatten zu mir verwendet. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.